Guten Abend, oder guten Tag, jetzt sagen wir. Na Hakum Sa'id. Beginnen wir heute mit dem Unterricht. Lübda Ma'al Hausaufgabe. Kann Adnil Tazid Finadi an Bildung an der Sportverein. Gut, guten Tag, hier Sportverein KBHT. Guten Tag, mein Name ist Sarah, ich möchte mich für Tänzspielen. Kann ich mich anmelden in Hase Kadareke Nekasi? Ja, Sie sollen einfach mal vorbeikommen. Wann findet das statt mit Tayebde? Das ist immer freitags. Wie viel kostet das? 15 Euro pro Monat. Vielen Dank. Auf Wiederhören, auf Wiederhören. Ja, das ist auch richtig. Sehr gut. Die Bade vor einer Frau nahe. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tänzspielen. Gute. 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 Guten Tag, ich möchte gern Tänzspielen. Ich bin Anfänger an der Badekarriere und ich will mich zum Tänzverein anmelden. Wann findet es statt? Es gibt verschiedene Gruppen, bitte rufen Sie Frau Nahet an, die Nummer blablabla. Und wie viel kostet das? Es ist kostenlos mit dem Channel und vielen Dank für die Information und wir sehen das auch gut. Bitte schreib auf, bitte. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Da will house of garden. Kanadna, afal. Wow, hau whauf, taadda si you have. Kerala kaish takéna, inhaazhi al afal well, hau whauf, edo wadse lide, edo wadse ual jdeidah, mahalan. Feal Dinkin. Kena. Taadda bia haraf. An. Jdeh. If we start with a question, we start with a word by the word and the word Now, we start with the word the word and the word word thanks to as they have An meiner Familie Bei der Familie Bei der Familie Sehr gut Herr Krimmann Jeder hat die Frage gemacht, mit den Eidern Die wir in der Eidern haben wir in der Chat In der Chat Vorauf warten Sie an der Maße Tantele und auf Hoftas Taxi. Und kannst du verlesen, Frau Sarah Jumlamatic, dein Satz? Wovon träumst du richtig und neuere? Wovon interessierst du dich? Wovon interessierst du dich? Gut. Abbas, kannst du das verlesen? Worüber ergerst du dich? Sehr gut. Worüber ergerst du dich? Frau Nahed? Womit sprechen Sie? Womit? Ma Amen. Das ist gut. Auch Sarah, kannst du das sprechen? Worauf warten Sie? Worauf warten Sie? Das ist richtig gut. In der Kernhausaufgabe, welche Seite, Frau Sarah? Siebenundzwanzig. Hausaufgaben. Welche Seite? Eins auf Haar? Einhundertsechs. 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 Gut. Das haben wir, aber das haben wir. Ja, gut. Gut. Kommen Sie bei euch rein? Siebenundzwanzig? Ja. Sehr gut. Ja, beginnen wir mit der Frau Sarah. Wofür interessest du dich für Tennis? Dafür interesser ich mich eigentlich nicht so sehr. Wie? Morgen wären wir in den Urlaub. Woran müssen wir noch denken? An das Geld. Sehr gut. Daran haben ich hier nicht gedacht. Voran müssen wir noch denken. Bima da. Ich baie in Ufakka. An das Geld. Sehr gut. Daran, Herr Zalke, habe ich gar nicht gedacht. Ufakka. Danke. Gut. Sie, Frau Nahed. Ich dachte, du war im Maldi. Mal denken, sah? Ja. Richtig. Ja, Frau Nahed. Ja. Sie, sag mal. Worüber ergänzt du dich denn so? Über das schlechte Fußballspielen? Ach, der Raub solltest du dich nicht ergern. Richtig. Richtig. Abdallah. Kommt, Frau Nahed. Mach weiter. und worauf freut du dich jetzt auf die Pause? Ja, darauf freue ich mich auch sehr. Gut. Das ist sehr gut. Darauf freue ich mich auch sehr gut. Das ist sehr gut. Bilden Sie Wörter. Frau Rian. Vorauf. Vorauf. Voran. 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 Voroper. Voroper. Darauf. 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 Darüber. Darauf. 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 Darauf, ja. Darauf, ja. Ergänzen Sie Ökkenbi. A. Ani? Ja. Okay. Vorofor. Interesseigen du dich. Vor. 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 Warum hast du die Haus suff�an? revelat? Schnellig. Lädi. 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 Gut. Für Pürsha. Was bedeutet Pürsha, Frau Rian? Kutub. Kutub. Jai, kommt die. Woran denkst du Gerand? Gerand. Wie sollst du dich überlegen, Herr Hallen? Und das haben wir viele Spielen gestern. Du auffreust, worauf, freust du dich auf die Barte? Danke. Danke dir, Tama. Gut. Frau Nwara. Worüber ergerst du dich über das schlechte Spiel? Und? Hast du dich gerade erinnert an unseren ersten Kuss? Was schreiben wir hier? Voran. Voran. Das ist sehr gut. Danke dir, Abbas. Ja. Pürsha, da für ein interessierter, ich mich nicht. Ja. Kutub? Kutub? Die Blumen. Darauf. Darauf habe ich nicht gedacht. Darauf habe ich keine Lust. Danke. Frau Rukia. Schlechtes Vata. Darauf habe ich nicht gedacht. 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 Danke dir. Wie viele Minuten hast du das? Sehr gut. Wie viele Minuten hast du verbracht oder genommen, Frau Sarah? Fünf Minuten. Fünf Minuten? Wunderbar. Und Frau Noara? Wie viele Minuten? Nein. Gut, Frau Kajit. Zehn Minuten. Und Abbas? Zehn Minuten. Zehn Minuten. Abraham, hast du das nicht gemacht? Naahid One minute I will read it and read it I will be able to read it I will be able to read it I will be able to read it Good In the case As I wrote This is here C, B And A This is important I will read it This is the proof of the Tijina for the Tijan Good And here Let's read it again If you are wrong I will read it again 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 Okay, Doctor, thank you No Good We have the same thing And we have the same thing We have the same thing Good Good We have the same thing 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 Sure or wrong Sarah One and two Let me read it First Kinder One Kinder ernähren sich nicht gesund und bewegen sich zu Weiß. 2. Im Sportverein kann man etwas über gesunde Ernährung lernen. 3. Im Sportverein kann man etwas über gesunde Ernährung lernen. 3. Im Sportverein kann man etwas über die Ernährung lernen. 4. Im Sportverein kann man etwas über die Ernährung lernen. 5. Im Sportverein kann man etwas über die Ernährung lernen. 5. Sie sind ein bisschen zu verbrühen. Das ist falsch. Das ist falsch. Danke dir, Luqayah. An der Schule gibt es viel Sport. Falsch. Zwei Stunden in der Woche. Das ist wenig, aber das ist viel. Gut, Nawara. In der Schule kann man viele Süßigkeiten kaufen. Falsch. In der Schule kann man viele Süßigkeiten kaufen. Gut. Wer hat eine Frage? Ja. Das ist richtig und falsch. Das ist wichtig. Wer hat eine Frage in Richtung 5 Minuten des UR befasst L'Hams? Habt ihr eine Frage oder keine Frage? Keine Frage. Schule und Ausbildung. Wettetriebe im Mähni. Teile im Mähni. Gut. Schule, das ist Madrasa. Gut. Schule und Ausbildung. Schule und Ausbildung. Schule und Ausbildung. Schule und Ausbildung. Das ist gut. Geht. Lernen Geht Natürlich Ich sage den Schüller Geht 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 Mass Geht 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 die Geht Ich bin der Klasse. 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 Was ist das für die Ausbildung? Was wir tun in der Tektion? Okay, ich bin der Tisch und der Stuhl. Tisch plus Stuhl. Klasse. Klasse. Training? Training? Ja, Klasse. 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 Klassen, Kameraden, es gibt auch Freunde. Schön, Kuschg. Jakob, Kuschg. Hanout. Kiosk. Ja. Schule, Klobbsk. Kiosk, gut. Das ist gut. Und natürlich, es gibt auch Hausaufgaben. Gut. Ich komme jetzt. Pufungen. Natürlich, es gibt Taasche. Gut. Steffte, Klama und so weiter. Und jetzt hier. Danke. Das gut. Unmelding. Ausbildung, wir haben einmelding. Das geht. Unmelding oder einmelding. Gut. Das ist sehr gut. Jetzt nehmen wir die, jetzt haben wir die Fälle in der Zeit, in der Zeit, der Zeit, der Zeit, der Zeit, der Zeit, der Zeit, der Zeit. Was haben wir die Zeit? Ich bin erinnerst. Wir haben wollen. Zollten Zollten Doofen Womussen 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 We'll remember Very vague Is Volt Konnten, zulten, durften, maafi omlaut, jajet laahog, maafi hainna naktin, wa musten, musten. Shun kaadata hiya? Nafs al kaadata. Subjekt, zaad modal verb. Modal verben, aadna naqsa, plus objekt in wujad, plus verb when, am ende. Das verb jteet am ende, wa gheir musaraf. Jaim naetkelem al madarasa mati, ayam al daraasa, shul tag, oda kindheit, ayam al daraasa. Agul, maafin, ich musste in di shula ghehen. Aw shwere, shwere, tippe ekse. Ich musste, ich musste avon jeden, morgen, in di shula ghehen. Hna, hna, yurid. Hna jastatiha. Hna, yinbaghi. Hna, yasmah. Hna, yajib. Hai, fih haletha, fih haletha, fih haletha, maafish, rahi yasbahu. Arada. Hna? Istatah. Dara. Inbaga. Samaha. Samaha. Wujad. Samaha. Huokana yajid. Ashtah. Mah Adika. Fihna, faehna, naifsela, playikod maafna, Сハ fastest. rem juu ryudobraalliati. Ustahad wala, 바�ataanak. P응ke alili. Ja. Amad. Aiya, huama. Haiyaastra. Haiyaastra. mo造ara ala, refargala hali li numakzii yinquam. Fih halethaean kompaden. Lafjana naquis. Ahe. Ja, das ist alles möglich. Das ist der Grund, dass wir auch die N-A-M-L-A-T haben. Das ist das, was wir tun haben. Wollten, Kunten, Zollten, Durften, Musten. Das ist ein Teil von 20 Jahren, vor 30 Jahren oder vor 30 Jahren. Entweder? Ich muss... Muss? Ja, ich muss... Ja, ich muss... Was ist der Grund? Umlaut. Umlaut. Ja, okay. Ja. Ich muss, Jäiden Morgen, kann ich, kann ich, kann ich, ich kann ich, kann ich, ich kann ich, ich kann ich, alle, die in der Kirche, die Kirche, aber die Kirche, in der Kirche, muss, 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 aber in einer Kirche, was ich sage? Muss, gut. Ich wollte, ich wollte, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Ja, ich will, ich will, ich will, eine Kirche, wir können sie mit der Kirche. Selma, Selma Kunte ins, zum Beispiel Englischkurs einen, Englischkurs machen. Selma, ist das Ausbildung, bis zum Beispiel Töne Kurs eingeladen. In der Grunde in der Grunde, in der Jahre Zeit, wenn wir das Thema betreiben, dann kann man das Belebnis sagen. Kann man die Zeit, um das Experimentieren zu fördern. Und man kann die Menge, diegänge, die sich aus der Summe. Du kannst das sprechen, Januara, vorlesen. Sie wollte nach Deutschland fahren. Sie Sorry, wir wollte nach Deutschland fahren. Noch einmal. Sie wollte nach Deutschland fahren. Sie wollte nach Deutschland fahren. Enten? Enten oder Enten? Ja. Ja, richtig. Er musste, Frau Naad. Wie ich, wir können nicht alles sagen. Wir haben ein Thema, das Thema er und sie. Ich dachte, ihr musst. Wir alle wollte. Wir alle durften. Frau Nahel, kannst du das vorlesen? Ja. Er musste Hausaufgaben machen. Richtig. Sarah? Ich wollte Französisch lernen. Ich wollte Deutsch lernen. Ich wollte zum Artist gehen. Gut, Abdullah. Ich sollte Deutsch lernen. Ich sollte Deutsch lernen. Wo ist Abdullah? Ich sollte Deutsch lernen. Ich sollte. Das ist sehr gut. Riyam, ich habe eine Sprache. Gut. Das ist sehr gut. A1 hören Sie noch einmal und ergänzen Sie, muss, durfte, wollte, musste, wollte und will. Nimm der Firma Fahrrad. Schritt A. A1. Schritt A. A1. Ich musste raus und Geld verdienen. Und du? Bei mir ist es genau anders herum. Ich will nicht studieren, aber ich muss anscheinend. Ja, Frau Nahel, Nummer 1. Noch einmal. Schritt A. A1. Ich wollte Abitur machen, als ich so alt war wie du. Ich wollte studieren, aber ich durfte nicht. Ich musste raus und Geld verdienen. Und du? Bei mir ist es genau anders herum. Warum? Ich will nicht studieren, aber ich muss anscheinend. Schritt A. A1. Ja, Frau Nahel, Nummer 1. Schritt A. A1. Gut. Gut. Abbas. Ja. Ich wollte Abitur machen, als ich so alt war. wie du. Ich wollte zu dirin. Danke. Haud'Allah. Oba, ich darauf es, nicht ich ich will rausgehen, Geld für dein und du. Danke. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Ich will nicht studieren, denn ich muss einsteigen. Aber ich muss einsteigen. Aber ich kann einsteigen. Ich muss einsteigen. Ich muss einsteigen. Ich muss einsteigen. Ich muss einsteigen. schneiden. werden. Sie muss einsteigen. einsteigen. Ich muss einsteigen. einsteigen. ja. einsteigen. einsteigen. Ich muss einsteigen. 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 Ich muss einsteigen. einsteigen. Ich muss einsteigen. 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 Ich muss einsteigen. 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 Es ist spät.